Hallo, ich grüße euch aus Tschechien. Ich bin nämlich schon wieder, ja schon wieder zum Skifahren. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen die Unterkunft zeigen, wo wir diesmal gelandet sind. Und ja, viel Spaß. Also ich filme leider nur mit dem Handy, weil die Kamera noch im Auto ist. Das hier ist die Eingangstür. Hier kommen wir rein und haben erstmal so diesen Blick auf diese Ecke dort hinten. Und auf der rechten Seite haben wir hier einen, wow, sehr vollgestellten Schreibtisch. Tut mir leid, das sind alles meine Skisachen. Heute war es schweinekalt. Es war wirklich, wirklich schweinekalt. Und ich hatte ja das alles an. So. Da liegt noch mein Handschuhzeug. So eine Kaffeemaschine haben wir. Und ja, noch ein bisschen Süßigkeiten. Das ist der Blick aus dem Fenster. Fenster putzen ist hier nicht so. Tut mir leid. Und dann haben wir hier noch einen Schrank. Und dann hier hinten die Ecke mit dem Bett und einem Fernseher. Also. Wir wollen übrigens gleich in eine große Mall gehen. Hier ist ein Einkaufszentrum in der Nähe. Und das schauen wir uns an. Ja, das ist auch schon das Zimmer. Und ein Bad hat das Ganze natürlich auch. Das ist noch hier. Und das Coolste daran ist. Das ist eine Whirlpool Badewanne. Oh mein Gott. Das ist so cool. Hier steht mein, ähm. Ja, und die Badetaschen. Die Waschtaschen. Und hier haben wir dann natürlich den von meinem Zeug vollgestellten Waschbereich. Also. Meins. 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 Und das war's. Ja. Großer Spiegel. Und das war's eigentlich auch schon. So viel zur Roomtour. Ich schneide euch jetzt wahrscheinlich wieder Ski-Action hier in die ganze Sache und wünsche euch dann noch viel Spaß. Und das war's eigentlich auch schon. Ich schneide euch jetzt einen Raumtour. Ich schneide euch jetzt einen Raumtour. Das war's eigentlich auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020